Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir Single diese Legung mit dir teilen und wie gewohnterweise mit auf den Weg geben. Single, es wird ganz schön prickelnd bei dir. Wir wollen schauen, wie sieht es aus mit einer wohlmöglichen Ex-Versöhnung oder schaut vielleicht besser in die Richtung, die Sachen zu lenken, um zu sagen, ey, never ever, ich gehe wirklich den neuen Weg und lass mich einfach überraschen, mal gucken, was da so auf mich zukommt, okay? Okay, Singles wichtig, ja. Viele vergessen den Unterschied zwischen Single und Single. Ein Single ist wirklich diese Person, die absolut niemanden, nicht einmal jemanden hat, um das H von Hallo zu schreiben per WhatsApp oder sonst irgendjemanden. Ein Single ist derjenige, der absolut alleine durchs Leben geht, ohne einen anderen Menschen an seiner Seite zu haben. Es gibt Singles, die immer noch an eine Ex-Konstellation haften, okay, aber trotzdem alleine sind. Also definiert für euch selber, was ist bei euch am Start? Seid ihr ein realer Single oder seid ihr einfach nur vielleicht Cross-Watcher und wollt einfach nur mal schauen, hey, ich bin zwar Single, aber ich bin trotzdem noch in passionierten Konstellationen. Definiert das für dich, ich habe dir gesagt, was die Definition hier im Tarot für einen Single darstellt, okay? Single, wir fangen einfach mal an. Als erstes wollen wir mal herausfinden, was ist mit diesen Singles, die vielleicht noch bewusst, unbewusst an ihren Ex-Konstellationen haften, ja? Schaut es so danach aus, dass man hier nochmal eine Versöhnung anstreben könnte oder ist es vielleicht so, dass wir sagen, weißt du was, lass doch mal den Ex los und wir gehen in die neue Richtung. Also erst gehen wir in die Singles, die wirklich noch aus welchen Gründen noch immer einen Hoffnungsschimmer haben, eine Konstellation nochmal wieder herzustellen mit ihrem Ex-Partner, mit ihrer Ex-Partnerin, okay? Weil, wow, wir schauen mal, guck mal, das Tarot möchte und möchte auch nicht. So, danach gucken wir, ob es was Neues gibt, okay? Also, wir haben hier für einige von euch, die bewusst, unbewusst der Natur immer noch ein Knistern spüren, immer noch so diese Ex-Konstellation vor Augen haben, aus dem einfachen Grunde, weil es gab gemeinsame Projekte, man hatte gemeinsame Ziele in der Vergangenheit, man hatte eigentlich ein total gutes Feeling, man hatte die Kraft, Dinge zu überstehen, ja? Man war vielleicht auch in einer Energie der Dankbarkeit, zu sagen, hey, ich bin so dankbar, dass du in meinem Leben bist. Was auch immer sich da verändert haben wird, ja, weil ansonsten werdet ihr noch zusammen, war einfach, dass an irgendeinem Punkt ihr eine Stagnation hattet, dass ihr in einer Kreuzung standet oder dein Gegenüber, nicht wusste, wo die Reise hinführen sollte, mit mal kamen Zweifel, mit mal kamen wieder andere Ex-Erinnerungen oder vielleicht andere Ex-Partner, die sich eingemischt haben oder etwas ist in eurer Partnerschaft vorgefallen, was dich oder dein Gegenüber aus dieser Konstellation geworfen hat und deswegen kam es natürlich hier aus verschiedensten Gründen auch zu einer Trennung, okay? Nichtsdestotrotz haben wir für die Singles, die sagen, Alena, ich würde gerne was mit meinem Ex-Partner, mit meiner Ex-Partnerin nochmal angehen oder mein Ex-Partner drängelt so, gibt es hier eine reale Chance? Ja, nach einer Zeit der Heilung für sehr viele von euch Singles, ja, gibt es nochmal einen Neubeginn, weil einige von euch, a, diesen wichtigen Heilungsprozess, den es bedarf, um sich von dieser Energie zu lösen, von dem, was toxisch war, ja, von dem, was ein Fehlverhalten ausgelöst hat, von dem könnt ihr euch absolut lösen, aber dafür bedarf es eine absolute Ehrlichkeit, sich bewusst auch zu werden, dass nicht nur deine oder die Wünsche deines Gegenübers, ja, von deinem Seelenpartner womöglich diese Versöhnung von beiden Seiten gewollt werden darf. Das heißt, das Universum konspiriert für viele von euch, die diese Versöhnung haben möchten, nochmal auf eurer Seite, ein Karma wird beglichen, ein Neustart steht vor der Türe, dafür braucht ihr aber auch wirklich diese absolute Bereitschaft, den Respekt gegen anderen gegenüber auch zu haben und auch zu wissen, dass man hier aus den Fehlern lernen darf, ja, also es gibt nochmal eine Ex-Versöhnung für viele von euch, sagt das Tarot, weil es ist noch ein Knistern da, es ist egal, ob ihr in Kontakt seid oder nicht, es ist egal, wie lange ihr getrennt seid, wenn wir hier bei Ex-Partnern von einer Seelenkonstellation reden, kann die ganze Welt untergehen, ja, sobald beide ihre Lernaufgabe erreicht haben und die Vergangenheit hinter sich lassen, das, was dazwischen gefunkt hat, gibt es hier definitiv einen Neubeginn, weil das Tarot sagt, viele von euch habt ihr für eure Sünden gebüßt, wenn man das ausdrücken darf, ja, viele von euch habt ihr wirklich ein faires Urteil gesprochen bekommen durch diese Trennung, damit ihr beide wirklich den richtigen Weg zueinander finden könnt, immer und dann vergesst nicht, wenn es von beiden gewollt ist, ja, also man sieht hier schon klar und deutlich, dass viele diesen Weg gehen möchten, viele habt ihr euch zurückgezogen und habt diese Zeit der Trennung wirklich genutzt, um einen Aufarbeitungsprozess zu lösen und darum geht es hier wirklich, dass wenn alles in reinen Tüchern ist, wenn beide wirklich in derselben Energiefrequenz sind, wenn beide aus der Liebe heraus agieren, gibt es hier eine Tür, die sich öffnet wird, ja, einen Durchbruch und dann kommt es hier definitiv nach dieser Transformation noch einmal zu einer Zusammenführung von diesen Ex-Konstellationen. Denkt dran, Leute, wichtig, ja, nur wenn es von beiden gewollt ist, wenn dein König, wenn du eine Frau bist, ja, dein Herz wirklich erobert hat und du bist ein Mann und das ist, da stellt jetzt eine Königin dar, wenn ihr beide aus der tiefen Liebe agiert, ja, guckt mal, die absolute Liebe, hier, schau mal, die Liebe aus der Vergangenheit, auch in meinen spanischen Karten, ja, schaut mal, das ist unglaublich toll, ja, es gab eine Liebe, es ist noch eine große Liebe am Wachsen, aber es wird noch zu der absoluten Krönung, viele von euch kommt hier mit euren Ex-Partnern wieder zusammen, weil es eine Seelenkonstellation ist, Erfolg auf allen Ebenen, okay, selbst wenn es keine Konstellation aus einer Seelenebene ist, selbst wenn es eine karmatische Beziehung ist oder eine ganz normale Partnerschaft zwischen zwei Menschen, die sich einfach nur lieben, hier kommt es zu einer absoluten Versöhnung für die, die mit ihren Ex wieder einen Neustart wollen oder wo der Ex wirklich noch so präsent in deinem Herzen ist, egal ob Kontakt oder nicht, hier gibt es ganz tolle Möglichkeiten, dass sich das wiederherstellt, wiederfindet, weil die Magie ist da, die Liebe ist da, ja, man hat aus der Vergangenheit gelernt und man kann hier wirklich absolut nochmal neu starten, wow, Wahnsinn, Leute, heute sind die Energien absolut in der Liebe, in der Aufarbeitung, in der Bereitschaft, auch in sich hineinzukehren und die Fehler zu korrigieren, die man selber gemacht hat, also seid dankbar für diese Power-Energie, für alle, die ihr hier in Resonanz kommt, okay? So, für die Singles, die sagen, Alayna, never ever, ja, Ex war Ex und Bye, auf Wiedersehen, gibt es für mich was Neues? Was ist das, was das Tarot dir in diesem Moment sagen möchte? Gibt es was Neues? Schau mal, für die Singles, die noch nicht bereit sind, ja, das, was sie erlebt haben, zu verarbeiten, sondern in dem emotionalen, bewussten, unterbewussten Schmerz, in diesem wichtigen Heilungsprozess, den ich euch immer wieder vor Augen halten möchte, ja, wenn ihr noch nicht in der Manifestation seid, die wahre Liebe anzuziehen, kommt erstmal nichts Neues aus dem einfachen Grunde. Du kannst Menschen kennenlernen, ja, du kannst auch passionierten Treffen haben, okay? Kannst du auch alles, du kannst auch viele Menschen in deinem Leben haben, wo du dich amüsierst, aber in eine dauerhafte, feste Partnerschaft kommt es noch nicht, weil du dich erstmal wieder ordnen musst, bewusst und unbewusst der Natur. Es gibt viele Menschen, die sagen, Alayna, ich bin schon bereit, ja. Nichtsdestotrotz fehlt das kleine Tüpfelchen, das letzte Teil vom Puzzlechen, okay, dass du dich an deinem Leben, an deinem emotionalen Feld erstmal wieder engagierst, wirklich deine Bedürfnisse, ich sage es euch immer wieder, Leute, eure eigenen Bedürfnisse zu kennen, ist lebenswichtig. In einer Partnerschaft kann man nur konstant, aber auch gesund in einer Partnerschaft sein, nicht nur aus der Liebe heraus, die Liebe ist unglaublich wichtig, aber die Liebe hält eine Partnerschaft nicht fest, okay? Es gibt ganz viele wichtige Säulen in einer Partnerschaft und die müssen auch alle gegeben sein. Ich sage euch immer, ein Stuhl kann womöglich auf drei Beinen stehen, wenn du es frickelst, aber ein Stuhl hat auf vier Beinen zu stehen und die wichtigsten Basen einer Partnerschaft sind der gegenseitige Respekt, das Vertrauen, die Loyalität, die Bereitschaft, ja. Es gibt da ganz, ganz, ganz viele Sachen, die ihr wirklich da auch beachten müsst, okay? Also das ist, die Passion der Sex ist unglaublich wichtig, die Freiheit in einer Partnerschaft ist unglaublich wichtig, aber vor allen Dingen wirklich das Vertrauen, abgesehen von der Liebe. Also es gibt sieben Alayna-Säulen, die ihr wirklich euch nahelegen könntet. Könntet, schaut auch in meinem zweiten Kanal rein, Leute. Es hat viele Leute, die es noch nicht abonniert haben. Alayna-Spiel-Tools-Life, okay? Da geht es viel tiefgründiger zu und da wirst du genau erkennen, in welcher Energie du gerade bist. Emotionale Abhängigkeit oder Resistenz mit dir selber. Die Leute, die wirklich sagen, Alayna, ich bin bereit. Ja, bewusster Natur, aber unbewusst nicht. Hier gibt es eine Blockade. Du hast dich der Liebe verschlossen, aus dem Schmerz, aus der Erfahrung heraus. Vielleicht ist der Druck auch bei dir extrem groß, in eine Partnerschaft zu gehen. Und deswegen blockiert man. Es kommt ein neuer Lebenszyklus. Ja, du wirst jemanden anziehen können, definitiv, aber nicht vorher, bevor du absolut in deiner emotionalen Reinheit, Ehrlichkeit im Fluss bist, okay? In die Annahme gehst. Widerstände, Blockaden, Egos, Machtkämpfe, Denkmuster, Gewöhnlichkeiten, Prägungen. Alles das, aus dir herausgespült hast, dem Herzen wirklich den Freiraum gegeben hast, um hier in eine Partnerschaft zu gehen, dann erst wirst du konstant jemanden anziehen können, okay? Es ist jemand auf dem Weg, der sehr dominant ist, jemand, der absolut mit beiden Beinen im Boden steht. Aber wenn du vor dieser Partnerschaft stehst, heißt es, dass du diesen Menschen genau das geben darfst, was dieser Mensch bedarf. Und dieser Mensch darf dir das Gleiche geben, aber dafür bedarf es einem Lernprozess. Es erwartet dich eine neue Partnerschaft, ja, aber erst zu dem Zeitpunkt, wo du dich real zum Ausdruck bringst, da kommt auch wirklich mit dem Rad des Schicksals ein Karma, was abgeglichen wird, ein göttlicher Zeitplan, eine neue Kiste. Definitiv nur, wie gesagt, bedenke, man lügt sich selber sehr gerne an, um einfach sich vor der Realität so ein bisschen zu verstecken, okay? Und das ist nicht Sinn der Sache. Ich habe dir gesagt, komm aus dem Widerstand raus. Die Leute, die in einem Druck sind, eine Partnerschaft dringend als Lebendelixier haben zu müssten, ergebt euch den Fluss des Lebens. So werdet ihr keinen Menschen anziehen, der langfristig bei dir bleibt. Definitiv nicht. Gehe in die Leichtigkeit, okay? Gehe in die Leichtigkeit, egal wo der Wind dich hintreibt, ab nach vorne, lerne Menschen kennen, aber beobachte dein Verhalten in dem Moment, wo es darum geht, eine Partnerschaft anzuziehen, eine Partnerschaft verwirklichen zu wollen und vor allen Dingen grundaufehrlich zu dir selber zu sein. Wir haben hier einen Neustart für dich definitiv, nochmal, ich wiederhole mich, ja, aber es bedarf wirklich viel, viel, viel Motivation von dir selber. Eine aufgesächste Gefangenschaft, unbewusster Natur, die in dir noch hadert, ja, Prägungen aus der Vergangenheit, Druck, Erwartungshaltungen, Zweifeln, die Uhr tickt, ja, ich bin schon über 35 und kein Mensch möchte mich. Es gibt so viele konfliktive, unbewusste Situationen in einem Menschen, die es wirklich verhindern, in einer Partnerschaft wirklich sich entfalten zu können. Sei abgrundtief ehrlich zu dir, gebe auch deine Wünsche in die geistige Welt, aber sei dir dessen bewusst, dass eine Partnerschaft nur am Start sein wird, ja, für viele von euch. Einige seid ihr schon in diesem super Bewusstseinsprozess drin, einige von euch habt ihr schon losgelassen, ab nach vorne, dann kommt schon die neue Kiste, okay? Also das ist natürlich auch wieder eine andere Schiene, aber generell ist es wirklich so, dass hier eine Bewegung am Start kommen wird, Zukunft blicken, der neue Partner, die neue Partnerin, die kommen wird, gibt dir die Leichtigkeit, gibt dir die Freiheit, wird von dir bewusster Natur das fordern, was du auch unbewusst an diesen Menschen stellst, aber dafür musst du wirklich in der Bereitschaft sein, alles aufzunehmen, was kommt, ja, vor allen Dingen auch die Anerkennung erstmal dir selber zu geben, um dann die Anerkennung von jemand anderem zurückzubekommen, weil das, was du von jemand anderem forderst, Single, ja, darfst du dir erstmal selber geben. Wow, Singles, was für eine tolle Legung. Leute, gib dem Leben und die Liebe die Farbe, die euch glücklich macht. Das Leben und die Liebe sind es echt wert zu leben und zu genießen, aber seid auch brutal ehrlich zu euch, ja, nicht nur, dass der Kopf sagt, ich möchte jemand anderen haben in meinem Leben, ich möchte aber in einer Partnerschaft sein, sondern wirklich dein Herz, deine Seele zu fragen, ob ihr auch wirklich alles im Einklang habt, Körper, Geist und Seele, um dann wirklich einen neuen Zyklus anzufangen, um dann glücklich in einer Partnerschaft zu sein, ohne Untreue, ohne irgendwelche Blockaden, ohne Hindernisse, ja. Leute, denkt dran, Alena Spirituals Live und Alena Tarot, liked und teilt, abonniert alle beide Kanäle, drückt das Glöckchen, danke für eure Abos, hast du noch nicht abonniert, abonniere, schalte auch in meinen Livechats rein, auch an alle Crosswaters, okay. Lasst mir ein Like, wenn euch diese Videos gefallen. Wenn ihr noch mehr von euren Konstellationen wissen möchtet, schaltet einfach jederzeit ein, auch in unseren Livechats sonntags und sobald wir bei Alena Spirituals Live, meinen Zweitkanal, die tausend Abonnenten erreicht haben, können wir ganz andere Livechats starten, Leute, die euch wirklich noch den Nachtisch geben, von dem, was ihr bisher von Alena Tarot sowieso schon bekommt, okay. Also gebt euch den Raum und die Zeit, wirklich in euch zu horchen und eure Intuition führt euch immer zu mir, für private Legungen, aber auch für zielorientierte Therapien, okay. Und bei Alena Spirituals Live geht es viel um Persönlichkeitsentfaltung, spiritueller Wachstum, Erkenntnis, also der zweite Nährboden quasi für dem, um das ganze Bild zusammenzufügen. Leute, ich wünsche euch alles, alles Liebe und wir hören uns bis dahin. Bye.